Gute, ist aber teuer. Colory? Coloryn? 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 Ach so, deine Frau. Wahrscheinlich heißt deine Frau Coloryn. Somos, Oklahoma? Donna E. Uri? Grogan? Donna E. Uri? Donna E. Donna E. Dada Di. Ihr mit eurem Dada Di. Ihr richtet mich auch so schön auf. Dada Di. Dada Di. Dada Di. Dada Du Dada Di. Meine Aide steht im Wasser. Wie unlogistisch ist das denn? Wo ist der Adler? Da ist er Adler. Angreifen. 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 Dada Di. Somos. Du rennst jetzt bitte mal hier hin. Und dann gehst du schon nur straxieren. Und jetzt bitte ich hier hin. Genau. Und du hast mir nämlich jetzt mal ne Kaselle. M. Woha, ne Kasern ist immer ganz gut. Ah, mir ist es so ein bisschen wie der Holzverbrauch. Egal. 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 Die anderen sind viel weiter als ich. Der Rungschaften. Milliliter 25, Wirtschaft 72, Religion C, Technologie. Ah, ich hab viel mehr Technologie als er. Aber trotzdem nicht der vorne. Mist. Dafür war ich früher in der Jungstilzeit. Hä, hä. Geronimo. Ach, da ist mein Beobachtungsturm. Das ist doch schön. Bautetub noch mal ein Haus. Komisch. Was ist komisch? Also ich sehe hier nichts komisches. Du 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 du. die die kommen noch mal das Prozent was du mir hier noch mal einen Markt 150 Oh mein Gott 150 hier ist noch ein Baum das war echt knapp aber das ist für dich das Ding hier bauen leichtes Transportschiff haben die nichts mehr und schade Tja dann haben wir Pech ne Unbekannte Gewässer beobachten was auch immer erkunden erkunden ist das richtige was ach hier ist wieder was was war hier was war hier ching ching kaka kaka ching 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 ach das war ching ching 209 das reicht es ich werde nicht schicken ich könnte nein ich könnte nein ich tue es nicht ich schieße nicht ich würde so gerne ich mache ich mache ein special dazu ich mache ein special dazu jetzt mache ich ein special das kommt da wohl hin hmmm 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 I rank this I rank this I rank this I rank this ah 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 ja mhm ist klar warum nicht ok was gibt's hier noch für Holz gibt's hier nicht irgendwo Holz äh I need Holz I need echt Holz but I need Holz I need Holz in blue und am besten noch was dazu kommt man da längs ja das ist gut warum fragst du ihm nicht meine Güte bist du bescheuert ein ganz dünner Durchgang auch sehr nett mini hallo kann hier mal wieder eine Insel kommen ich würde gerne eine Insel okay das macht dann 500 Dollar was hab ich 500 irgendwo nö schade holen holen Skip laundine die insel ist viel besser ja diese insel sind viel größer und besser und viel größer nya oder nicht hung juli sie cool waren das Warum kann ich das hier nicht bauen? Meine Güte. Aber hier kann ich das irgendwo bauen. Warum kann ich das hier nicht bauen? Meine Güte. Bau Mars. Genau, bau doch hier mal Mars hin. So eine Marsplantage. Oh, das wäre doch schön. Baumaß. Genau, ich sag's doch noch. Bau Mars. Bau Mars. Ja, sagen, aber nicht machen, oder wie? Bau Mars. Meine Güte. Ja, dann bau doch mal Mars. Der kann's einfach nicht lassen, ne? Der will mich voll verarschen. Bau Mars. Warum kann ich das hier nicht hinbauen? Bau Mars. Bau Mars. Lerbis. Kunis. Kunis. Kunis sind toll. Also, Kunis. Kunis finde ich richtig gut. Kunis sind echt super. Und hier weiter? Nein, natürlich nicht. Warum kann ich hier nichts hinbauen? Kann ich das hier hinbauen? Theoretisch meine ich jetzt. Aber da kann ich auch nicht hinbauen. Kann ich hier hinbauen? Meine Fresse. Nee, das nach hier oben. Kapiert? Und ich gehe wieder zurück in mein Lager. Herr cops. Schrill ever. Shit, es ist kein Holz mehr. Why? Es gibt kein Holz mehr. Dann müssen ich hier oben weiter vergambeln. Romo das ist wirklich so ich hab alles versucht ich hab's nie geschafft ach ne, Moment, oh, es ja Linksklick, drücken Romo oh, nein ihr sollt' dran, da rein, oh, du dumm Typen ey, dumm Typen, nein, so dumm da, doch, ich, zu dumm wo ist jetzt eins? gut, da habe Deggis habe Deggis ist echt sehr, sehr schön habe Deggis das klingt toll irgendwie dämlich, habe Deggis stopp was war Deggis, ach, ich weiß, was Deggis war das war Deggis, hab ich recht, das war Deggis Thomas Tones Erectus Erectus was war ich oh los mal bitte mit hier hin und baue auch das Degg mit ab Kulte nicht noch die Schöne ich weiß ich brauche ein neues Häuschen kann ich aber nicht machen weil ich so wenig Holz habe okay dann wird es mal wieder Zeit für sehr schnell okay die Typen dann eigentlich links ach da geht es auch hier das ist sehr sehr schön das freut mich echt sehr 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 wenn es nicht so gut ist und ihr habt es ja auch immer noch nicht ab das ja auch sehr schön und ruft uns und um du bist zu tun um du bist und für diese Welt wenn er will bis nie als Schlauhr er hier ist ja aber gerne nicht Meine Güte, die kopiert doch einfach nicht mehr. Sie sind zu dumm zum Leben. Zum Leben. Oh, würde ich schon sagen. 74, hey cool, ich kann wieder ein neues Haus bauen. Da. Thomas. Pommes. Ach, das ist eine Gazelle. Von hier aus sieht das aus wie ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd nennt man es mittlerweile. Bogenschützen. Irgendwie komme ich nicht voran. Der andere ist schon voll gut. Militär hier, Wirtschaft, Religion. Ah, ich hab mehr tägliche Energie. Ich bin noch knapp auf den Fersen. Aber er ist noch nicht in der anderen Zeit. Da bin ich nämlich als er es ist. 800? Oh, das kriege ich ja locker. Locker kriege ich das ja. Bogenschießen-Lage. Pferd. 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 Wer mag noch alles Pommes? Schreibt es in die Kommentare. Auch wenn es überhaupt kein LP gibt. Auch wenn es überhaupt keine Leute gibt, die meine LPs gucken. Aber egal. Heute. So steht es mir dahin. Genau. Sehr, sehr. Heute habe ich keine Worte. Mir fehlen einfach alle Worte. Würde ich sagen, ne? Das singe ich sehr gerne. Sehr föhlen. Ja, weil ich geb die Glühel. Was willst du mit einem pföhlen, hä? Was willst du mit einem pföhlen, hä? Was willst du mit einem pföhlen? Ach, ihr könnt schon wieder nicht. War doch klar. Oh, oh. Oh. Ich bin nicht erinnern, ob ein bisschen Nahrung sind. Ach, hier haben wir wieder was. Oh, und Wal. Wie geil. Und nur so kleine Stückchen von dem Wal. Ja, wo natürlich auch Holz ist natürlich blöd, aber egal. Die beiden Typen machen auch mit Holz. So muss. Ja, ja, ja. So fies bin ich. 654 schon. Was machen die Typen jetzt eigentlich? Ach, die können ja gar nichts machen, das ist blöd. 150 haben wir schon lange. Oh, ne. Zum Ausguck ist echt praktisch. Du, 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 du. Das sind die beiden Bassdrums. Die, 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 die. Aha, Bauernhof, jetzt baue ich noch mal den Bauernhof, aber der Typ. Mach auch einen anderen Bauernhof, nein, komm wieder her. Gut, das darf ich nämlich nicht in den Bauern, das wäre böse. Malinals. Oh, steh dich da hin. Ig-g-g-g-g-g-g-g-g-g0. Hillopp ist klar. Geil, das ist ein Kornspeicher mov das Wächtig Schzung. sehr schlau gebaut von mir wenn wir sind diese kurzen Schleuder ich bin ich jetzt in der normalen Version von Age of Empires ist sehr scheiße ich will nicht auch die Expansion haben aber eigentlich bin ich noch Expansion Manu Information Expansion siehst du da Expansion Manu ich glaube ich müsste langsam mal meine Aufnahme beenden ja dann machen wir das doch einfach mal Speichern wie die ganze Kacke okay hier überschreiben und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende oder wenn ihr auch das immer guckt und dann vielleicht sagt ihr auch so oh man ich muss in den Start und was weiß ich scheiße scheiße alles ist kacke naja trotzdem ciao und immer glücklich bleiben und meine Videos gucken Mwahaha ciao Ciao.